Mahlzeit, ich bin's, euer Ticker und bin grad auf dem Weg ins No Panic hier in Essen, auf dem Weg zu einem Konzert. Begging for Incest, die Kadaverficker, Madness und Sub-Level, so heißen sie glaube ich. Falls nicht, werde ich es hier nochmal einblenden. Ich freue mich auf einen richtig Geballer, ich freue mich aber in erster Linie darauf, die Kadaverficker mal live zu sehen. Weil Gorminist erkennt man, die Kadaverficker hab ich live noch nie gesehen. Das muss sich ändern, deswegen bin ich unterwegs hier hin. Und Essen ist eine wunderschöne Stadt, No Panic oder Don't Panic ist ja hier da, wo ich immer feiern gehe. Also hoffe ich mal, dass ich euch was Schönes zeigen kann. Schönes Konzert, hab auch schon das ein oder andere hiervon und mal im Sinne von Gormins sozusagen, Ping. Schönes Konzert, hab auch schon das ein oder andere hiervon und mal im Sinne von Gormins. Ja, bei mir hab ich den Herrn Gorminist, den schönsten aller YouTuber. Nee, ja, ich dachte wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass das die Joe ist. Die Flo. Die Flo, ja. Die Flo von Dark Arts. Ja, also ich würde Flo dann doch eher sagen. Ich dachte, die Pentagram Lady. Aber die Pentagram Lady ist doch okay. Ich sollte noch was geben von der Joe. Ja, das muss ja jetzt sein. Ping an euch alle, die das gucken. Und vor allen Dingen an die Joe, guck mein Video, dann wirst du wissen, warum wir das so lustig finden. Und eine andere Frage. Ja. Was erwacht du dich heute von dir so? Das auch. Und von euch, du? Wir drehen heute ein Video hier tatsächlich. Und da müssen wir uns noch mal mitmachen. Wenn wir jetzt zusammen mitmachen. Ja, warte, 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 komm mit, komm mit rein, komm mit rein. Weil wir sind so schrecklich, dass wir nicht mal eigenes Equipment mitbringen und uns durchschnorren müssen. Nein, das was Problem ist, unser Equipment ist schlecht. Also ihr dreht, ihr dreht halt ein Video. Ich hab keine Ahnung. Und es ist ja, ihr drehegeil. Und ein Video, ne? Ja, das ist nichts vor, sagst du es. So, ne? Ja, das ist nichts vor, sagst du es. Jo, einiges schon los. Ach, ich muss mich grad mal hinsetzen. Uiuiui. Ja, einiges schon los. Die Bands haben schon gespielt. Gleich wie in die Kadaverficker. Wird Metal. Ich erwarte schon Metal. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich fand es bisher ziemlich gut. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, es geht auch gut weiter. Vor allem für euch. Mal schauen, wie es weitergeht. Was ist zwei, die Kadaverficker. Ich bin da auf der Kadaverficker. Was ist zwei, die Kadaverficker. Auf der Kadaverficker. Ich bin da auf der Kadaverficker. Ich bin der Nasein. Ich bin der Nasein. NICHO BAMA! NICHO BAMA! Dieser Platz hat ihn in der Nasein. Ich bin der Nasein. Ich bin der Nasein. Ich bin der Nasein. Ich bin der Nasein. Ah! Ja! Ja! Das ist der Nasein! Oh, ja! Das ist das! Ja! Die Kadaverficker haben gerade gespielt. War ne mega Show. Also das war mega. Also ich hab die Kadaverficker ja schon etwas live sehen wollen, aber noch nicht geschafft. Und diesmal, der Gorminister hat gut reingehauen. Habt ihr bestimmt gesehen. War eine richtig, richtig geile Show. Die Band drin allgemein richtig gut. Hätte ich nicht erwartet, dass es so gut wird. Ja, aber was soll ich dazu sagen? Gorminister Kadaverficker, Link unten in der Beschreibung. Falls ihr die Band auch mal live sehen wollt, findet ihr bestimmt ein paar tolle Geeks. Und ja, jetzt wirds weiter mit dem Hauptweg. Und mal schauen, wie Bagging4Incest so ist. Was sie so leisten werden. Ich bin echt mal gespannt darauf. Kann nur gut werden, was ich so gehört hab. Mal schauen, was sie liefern haben. Und ja, jetzt wird es wieder einmal. Fabian4Incest so ist. 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 Fabian4Incest so ist, dass er sich so首先 hierhergeidigt, wie mit ihr aufnehmen ist oder aufnehmen ist. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR